Ich habe ein neues Accessoire, also so neu ist es mittlerweile gar nicht. Aber ehrlich gesagt hatte ich bis jetzt nicht so wirklich Interesse darüber, großartig zu sprechen. Ja, man könnte jetzt sagen, das ist vielleicht auch einfach, keine Ahnung, die Gucci Sommermode 2021. Habt ihr auch sowas? Wenn nicht, ihr seid out. Ich bin jedenfalls verletzt und das ist, glaube ich, relativ unschwer zu erkennen. Und viele Leute, die vielleicht im Discord dabei sind, die wissen das mittlerweile auch. Und ich habe es auch in einem der Beiträge, der schriftlichen Beiträge schon mal gepostet. Fakt ist, mein Knie ist im Arsch und es ist noch nicht so ganz klar, was ich habe. Und ich finde das ziemlich frustrierend und allein das finde ich eigentlich schon wichtig und wertvoll zu teilen, weil es definitiv eine Zeit geben wird, in der alle Leute, auch die Einsteiger unter euch und auch die Leute, die trainieren, definitiv mal irgendwann in einen Tief rutschen oder verletzt sein werden oder einfach vielleicht auch einfach ein Motivationsloch haben und da dann nichts machen können. Und ich weiß, dass es einfach manchmal Zeiten gibt, in denen man sich nicht wirklich aufraffen kann. Und das ist dann quasi wie eine mentale Verletzung. Manche Leute stürzen sich in eine Depression und sind da dann einfach gefangen darin, dass sie nicht wirklich was machen können. Also es ist vollkommen egal, ob man einen physischen oder einen psychischen Grund hat, warum man manchmal nichts machen kann. Es ist scheiße. Ich bin Athlet in dem Sinne. Ich mache das einfach, ich nutze meinen Körper im Prinzip, um das physische Maximum herauszuholen und Leistungsgrenzen immer weiter nach oben zu verschieben. Das bedeutet, er ist für mich ein Werkzeug, wenn man hart das so ausformulieren möchte. Und dementsprechend brauche ich auch kein Mitleid. Also ich weiß schon, wie ich meinen Körper nutze und was dabei passieren kann. Es ist so etwas, womit man irgendwann rechnet. Trotzdem ist es am Ende des Tages wirklich, wirklich hart, damit umzugehen, wenn dann tatsächlich mal was passiert, gerade wenn man in einem Lauf ist, gerade wenn die Saison bevorsteht, gerade wenn man große, wirklich große Projekte vor sich hat, die mit Sponsoren abgesprochen sind, die dementsprechend viel Organisation dahinter haben, viel Planung dahinter haben. Fakt ist, Verletzungen sind scheiße und ich möchte euch darüber auch aufklären. In den letzten zwei Wochen kam kein Training für die Berge. Und das liegt eben daran, weil ich nicht mehr in die Berge kann. Also gar nicht mehr. Und das wurde jetzt längere Zeit untersucht. Und letzte Woche hatte ich ein MRT und das haben sich dann ganz viele Orthopäden angesehen. Und heute hat sich das auch erstmals mein Physiotherapeut angesehen. Der meiner Meinung nach beste Physiotherapeut der Welt. Das ist der ÖSV-Biathleten-Nationalphysiotherapeut. Das ist ein wahnsinnig gut geschulter und wahnsinnig starker Typ. Und charakterlich macht er alles richtig. Also falls ihr mal hier in der Innsbrucker Gegend einen Physiotherapeuten braucht, fragt auf jeden Fall mich zuerst. Dann gebe ich euch einen sehr, sehr guten Tipp. Ich kriege kein Geld von dem, aber ich bin wirklich, wirklich begeistert. Und er hat mir als Kletterer schon oft geholfen, hat viele meiner Probleme beseitigt, viele meiner Verletzungen. Und auch jetzt wird er sich darum kümmern, dass mein Knie wieder fit ist. Was ist der Stand der Dinge? Wie ist das Ganze passiert? Naja, man weiß es nicht. Und das ist das, was mich persönlich auch so frustriert. Wenn man nicht weiß, was passiert ist, weiß man am Ende des Tages auch nicht so ganz, was man falsch gemacht hat und was man in Zukunft besser machen kann. Es gab kein Trauma, es gab keinen Unfall, ich habe kein Blödsinn gemacht. Also nicht mehr als sonst. Und dementsprechend weiß man nicht, was los ist. Es ist aber auch so, dass ich sehr viele Sehnenprobleme habe, wie heute mein Physiotherapeut mir diagnostiziert hat und mich schmerzhaft erfahren hat lassen. Mein Physiotherapeut ist nicht zimperlich, der nimmt mich ziemlich hart ran und der behandelt mich dementsprechend hart, damit ich so schnell wie möglich wieder fit bin. Die Prognose ist, also jeden, den ich frage, der macht, das heißt, die Prognose ist auch, hm. Insofern, ich weiß nicht, wann ich wieder fit bin. Und das ist psychisch eine unglaubliche Herausforderung. Zuerst war der Plan, dass ich operiert werde. Die Operation, die wird jetzt nach hinten rausgeschoben, weil man zuerst mal versuchen will, ohne Operation das Problem zu lösen. Und naja, also jetzt hat es zuerst gar nicht, ich werde operiert, jetzt wieder nicht, jetzt vielleicht irgendwann und das alles, das zehrt unglaublich an den Nerven. Und wichtig ist aber, dass man einfach in diesen Zeiten nicht den Mut verliert und einfach immer von Tag zu Tag schaut. Eine Sache, die ich auf jeden Fall mit euch teilen kann, ist, dass es in ein extremes Tief reißt. Wenn kein Tag irgendeine Besserung eintritt, das ist, glaube ich, meiner Meinung nach bis jetzt das Allerschlimmste, dass ich einfach jeden Tag morgens aufstehe und feststelle, dass sich nichts geändert hat, nicht mal ein bisschen. Manche Tage sind sogar noch schlimmer als die Tage zuvor, wo ich mich dann wieder frage, hä, was habe ich falsch gemacht? Ich habe nichts gemacht. Ich bin in dieser Schiene eingesperrt im Prinzip. Sie ist relativ beweglich übrigens eingestellt, aber trotzdem, ja, trotzdem sehr unkomfortabel. Und das alles ist, ja, das ist einfach scheiße. Und das zehrt an den Nerven. Und in diesen Zeiten nicht die Nerven zu verlieren und nicht die Geduld zu verlieren und nicht alles hinzuschmeißen, das ist eine ernsthafte Herausforderung. Und ich muss mich anders hinsetzen. Und es bringt, es zieht einen langen Rattenschabanz an Problemen und Fragen mit sich, über die man sich letztlich Gedanken macht, über die man sich vorher nie Gedanken gemacht hat. Und genau das ist es, worauf ich euch auch so ein bisschen vorbereiten will. Denn Fakt ist, eines Tages wird es wahrscheinlich jeden von uns treffen und das ist egal, ob man jetzt Athlet ist oder ob man Leistungssportler ist oder ob man ein Profi ist, was auch immer das heißen soll, oder ob man einfach Hobbywanderer ist oder Kletterer ist. Verletzungen sind ein Teil des Spiels. Und man muss es einfach als ein Level in einem Spiel betrachten. Und genau das ist es letztlich, was einem vielleicht auch so ein bisschen Hoffnung macht, dass es eben ein Spiel ist. Und wenn ich da aussteige, weil ich sage, ich bin frustriert, ich höre auf mit dem Sport, dann habe ich das Spiel verloren. Also ich verliere nicht das Spiel, weil ich verletzt bin, sondern ich verliere das Spiel, wenn ich aufhöre. Und wenn ich verletzt bin, dann ist das wie ein Zwischenentgegner. Also das ist dann quasi einfach ein Abschnitt, eine Prüfung. Es ist im Prinzip wie ein Studium. Also man studiert und hat eine Abschlussprüfung oder eine Zwischenprüfung und eine Verletzung ist wie so etwas. Das Training dazwischen, das ist eigentlich das Lernen. Und dann gibt es einen Cut. Und dieser Cut bringt einen auch so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Meine Laufleistung war immens. Ich bin extrem viel, ich habe extrem viel trainiert. Und diese Gesamtheit, die setzt dem Körper natürlich zu. Und irgendwo balanciert man auf einem Grad. Und man weiß einfach nicht, wann fällt man auf der einen Seite runter. Man möchte immer balancieren. Man möchte nicht auf der einen Seite liegen, wo man nicht das Maximum aus seinem Körper herausholt. Man möchte aber auch nicht auf der anderen Seite liegen, wo man, ja, letztlich verletzt ist. Und diese Gratwanderung, je extremer man das Ganze betreibt, desto schwieriger wird es ja auch irgendwie. Und desto mehr kommt man auch einfach aus dem Gleichgewicht über die Zeit. Verletzungen sind also etwas, womit man natürlich zu hadern hat. Gerade wenn man beruflich davon abhängig ist. Und deswegen empfehle ich auch niemandem, seine berufliche Existenz davon abhängig zu machen, dass der Körper funktioniert. Denn es ist etwas, ja, es ist etwas ziemlich Riskantes. Unser Gehirn, wovon die meisten Berufe Gott sei Dank abhängen, die, das funktioniert relativ lange, relativ gut, wenn man jetzt nicht irgendwelche, ja, tragischen gesundheitlichen Probleme, wenn man die mal außen vor lassen würde, dann ist unser Gehirn relativ gut geschützt. Unser Körper ist aber fragil. Und wenn wir ihm Belastungen aussetzen, um ihn eben beruflich relevant zu machen, und nur darum geht es letztlich leider, dann ist er fragil und wird empfindlich. Und das kann das ganze System stören. Und letztlich stört es auch natürlich dann die Existenz. In dem Fall ist es hoffentlich, hoffentlich nicht so schlimm. Ich hatte eine Phase die letzten Tage, in der ich tatsächlich die Geduld und die Nerven verloren habe und verzweifelt war und darüber nachgedacht habe, wie ich das alles jetzt noch managen soll. Mittlerweile bin ich irgendwie so ein bisschen darüber hinweg und bin der Meinung, dass Aufgeben keine Lösung ist. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich jetzt dieses Video mache und nicht vor drei oder vier oder fünf Tagen, weil ich eben kein, einfach nur kein depressives Video rausbringen will, in dem ich euch erkläre, dass hier alles scheiße ist, sondern in dem ich euch irgendwo eine Message mitgeben möchte. Und wenn es eine Message gibt, dann ist es die, es wird alles irgendwann wieder. Es ändern sich die Rahmenbedingungen wieder. Und wenn wir eine Verletzung als eine Prüfung bezeichnen und diese Prüfung nur bestehen, indem wir sie konsequent aussitzen, das heißt, indem wir eine Operation durchmachen, indem wir einen mühsamen Reha-Prozess hinter uns bringen, indem wir uns zurücknehmen, uns anderweitig fokussieren, uns darauf konzentrieren, dass eine Verletzung nur dann aushalt, wenn wir auch die richtige mentale Einstellung diesbezüglich verfolgen und nur dann die Prüfung bestehen können, dann ist das ein wichtiger Schritt. Denn man darf es einfach nicht so betrachten und ich weiß, das ist am Anfang einer Verletzung immer schwer und dieses Video ist vor allen Dingen für alle Leute, die sich jetzt gerade verletzt haben oder die irgendwie in letzter Zeit mit irgendeinem Problem hadern. Wenn wir diese Prüfung bestehen wollen, dürfen wir nicht aufgeben. Dann ist es wie ein Studium abbrechen. Und ich weiß, das ist in Universitätsstätten sehr beliebten Studium abbrechen und wieder ein neues anfangen, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, weiterzumachen und dran zu bleiben, denn das, was wir geil finden, diese Lernphasen dazwischen, die kommen nur, wenn wir die Prüfungen bestehen. Und letztlich ist es genau das, was man sich zu Herzen nehmen sollte. Wir machen einen Prozess durch. Alle Leute, die jetzt gerade verletzt sind, vielleicht bist du gerade verletzt, ich bin es auch und ich werde diesen Prozess auch durchmachen und ich setze meine Ziele anders und ich muss meine Ziele anders setzen und ich bin mir sicher, dass ich wiederkommen werde und ich gebe nicht einfach auf und aktuell ist es nicht mal möglich, vernünftig die Stiegen runterzugehen, was tatsächlich in diesen Momenten unfassbar schmerzhaft ist. Nämlich nicht im Kniegelenk, ja auch. Aber der Schmerz, der löst im Kopf viel, viel schlimmere Schmerzen aus. Und auf der einen Seite ist es natürlich immer dieser Downer, dieses Runterdrücken des eigenen Körpers, der sagt, ich will nicht mehr, du hast mich kaputt gemacht. Auf der anderen Seite ist es aber diese Zuversicht zu wissen, dass ich stärker bin, dass mein Kopf stärker sein kann als mein Körper und dass das wichtig ist. Und ich finde es aber auch wichtig und das ist jetzt der letzte Punkt, der meiner Meinung nach für alle Leute, die jetzt verletzt sind oder irgendwann mal verletzt sind und sich dann bitte dieses Video anschauen, hoffentlich, der ist wichtig. Wir dürfen auch mal beschissen drauf sein. Wir als Hobby-Bergsteiger, als Athleten, als Leistungssportler, egal was man sich selber definiert, wir dürfen auch mal schlecht drauf sein. Wir dürfen auch mal alles scheiße finden. Wir dürfen auch mal die ganze Welt dafür hassen, dass wir jetzt verletzt sein müssen. Das ist nicht rational, das ist nicht intelligent, aber das ist manchmal notwendig und es ist manchmal wichtig. Es ist manchmal wichtig, etwas zu akzeptieren und dieser Prozess der Akzeptanz, der beinhaltet manchmal auch einfach, scheiße drauf zu sein. Der ganzen Welt zu sagen, leck mich, ich hasse alles, mir geht alles am Arsch, mir geht die Orthese am Arsch, mir geht es am Arsch, dass ich mich nicht vernünftig hinsetzen kann, mir geht es am Arsch, dass ich in der Nacht Schmerzen habe, mir geht es am Arsch, dass ich beim Stiegen runtergehen Schmerzen habe, mir geht es am Arsch, dass ich nicht vernünftig Auto fahren kann. Das dürfen wir alles sagen und das dürfen wir alles so meinen und das dürfen wir auch äußern. Und wir müssen das nicht jedem umbinden, aber wir dürfen als jemand, der einfach einen Prozess durchmacht, einfach beschissen drauf sein. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wir sollten uns nicht dazu zwingen, immer positive Vibes uns umzuhängen und immer nur fröhlich zu sein, sondern wir sollten den negative Vibes oder wie das die Leute, die jung sind, so nennen, wir dürfen denen auch Platz geben und ich finde das wichtig. Und Leute, die immer sagen, ich brauche immer nur good Vibes und ich brauche immer nur gute Gedanken und das ist einfach nur Bullshit. Verletzungen sind scheiße und wir dürfen es scheiße finden. Von ganzem Herzen nämlich. und auch ich und ich finde das aktuell brutal scheiße. Aber ich werde meinen Fokus woanders hinlegen. Ich werde jetzt wieder ein bisschen umdenken müssen, auch in anderen Bereichen. Ich habe viele Dinge vernachlässigt in der Zeit, in der ich viel trainiert habe. Ich habe beispielsweise meine Ernährung vollkommen vergessen. Also ich habe sehr viel trainiert und habe mich aber nicht gut ernährt und das hat aber gut funktioniert, weil ich eben viel trainiert habe. Jetzt habe ich immer weiter gegessen ohne Training. Jetzt habe ich hier, hier ist Dunlop, Pirelli, Goodyear. Habe ich mir alles zugelegt und das muss jetzt wieder in den richtigen Fokus gerückt werden. Und solche Sachen sind auch Teil des Prozesses. Dass wir mal wieder daran erinnert werden, dass wir eigentlich auch andere Dinge im Leben haben, um die wir uns kümmern müssen oder sollten. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch das Video vielleicht den einen oder anderen Tipp für eine beschissene Zeit geben konnte. Und das betrifft nicht nur eine Scheiß-Schiene am Knie. Es betrifft auch, wenn man sich den Arm bricht oder wenn man sich den Fuß verstaucht oder die Achillessehne reißt oder wenn man einfach verdammt depressiv ist. Das ist alles das Gleiche und es ist so eine Talfahrt und durch die fahren wir durch. Wir bestehen alle unsere Prüfungen und am Ende kommen wir irgendwo wieder raus. und es ist nicht alles toll. Es gibt nicht nur Positive Vibes. Alle Leute, die glauben, alles muss immer Feel-Good-Stimmung sein. Das zeigt ihr mir mal, wie ihr das selber in eurem Leben umsetzt. Und dementsprechend lasst euch nicht entmutigen, wenn es euch gerade scheiße geht. Ihr werdet auch wieder fit. Ich werde auch wieder fit. Und wir sehen uns dieses Jahr und das verspreche ich euch. Egal, wie lang es dauert, 2021, gehen wir noch irgendwo auf eine richtig geile Backtree. Gemeinsam. Ich nehme euch mit. Es wird definitiv nicht nur bei einer bleiben, aber ich nehme euch definitiv mit auf die Limits des Möglichen. Bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit. Bleibt auf jeden Fall gesund, wenn ihr es noch seid. Bergheil.